Versteckerte Skillung drin. Nein, wir müssen balken. Wieso? Ach, mach weiter, Alter. Beim Todesritter ist es eh scheißegal. Na, ich könnte sonst vielleicht ganz stehen bleiben, weil in einem Zufall haben wir diese geile Zauberbär. Lauf, lauf, lauf. Weglaufen, weglaufen. Hä, was macht wer? Bleibt da. Zurück, zurück, Jagning. Siehst du es? Jagning, sondern Ayana nach vorne. Vor, vor. Weiter, 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 weiter. Egal, spät. Ja, und jetzt so drehen, dass die Dinger richtig runterkommen. Und nicht kaputtern, sondern nur auf 5%. Ich bin ganz rechts. Schnee wird zuerst wieder stehen. Boah! Das war nicht ganz gut. Ja, aber wir haben mittlerweile so viel HP. Geil. Bleib mal stehen und hielen durch. Hast du? Gut. Oh, ich habe fast mit dem Akku. Ja, ten mal ein cool. Von bombewerken, seitens gut da kommen. Und jetzt, bitte noch ein Alt kit. Nathas, häng du mal, ich sitz kurz ans Telefon. Scheiß aufs Telefon. Ja, das war... Das war nett, das Deck, das war... Er hat ihn in die Gruppe gemacht. Wenn er jetzt Eisblock ist, sind wir gefeckt. Ja. Und er so oder so gefeckt, wartet ihn zu. Ist er nett, der hat so viel Leben. Ah, da ist er nett. Jetzt bitte die Eisblock nicht aufbringen. Der stirbt so runter. Hinten, links. Stopp bei dem linken Eisblock. Den rechten, Alter, den rechten könnt ihr mal ein bisschen behalten. Links stopp! Rechts link, wärme gleich noch mal. Alter, links stopp bitte. Bei mir, du zuerst. Was heißt links stopp, mach den linken kaputt. Mach, 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 sonst nimm du, Alter. Verfehlen, verfehlen, komm ey. Drehen wieder, drehen wieder, drehen wieder. Ja, der muss erst mal kommen. So, jetzt. Ja, guck mal, fast ein Film drehen, so toll wie das läuft. Ja. Achtung. Phase 3 jetzt, oder? Ja, jetzt schon? Ja. Sag's bitte an. Nata, ich fang an auf hier und dann... Okay. Wieviel, wieviel Stuckern nochmal mögen? Egal. Immer wenn du... Jetzt kommt Phase 3. Blau. Zolljagd. Achtet da drauf, wer... Hero? Ja, Hero. Dann ist das Block Ernest. Hallo, hallo. Wo, 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 dahinter? Machen wir wieder einen Wechsel, ja, Jano? Dahinter, ja, genau, dahinter. Jagdnix nach rechts. Ich komm mal. Jagdnix nach rechts. Jagdnix nach rechts. Jagdnix, lauf! Geht weg von Jagdnix. Hab, hab. Ich wollte wegrennen, sorry. Ja, aber warum rennst du weg? Er soll doch weglaufen. Oh, er konzentrierdeutsch. Ich geh nach links. Sport wieder. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! BR'n, sobald's geht. Eisblock, Durban, Vorsicht. Durban. Musst du den auslaufen lassen, oder können wir gleich nuken? Ja, mach nuken, 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 nuken. Ich komm ab, schwarz. Jagdnix auf die andere Seite. Ja, ich hab grad den, okay, kann spotten. Scheiße. Könnt ihr den beehren? Ja, Moment. Mach ich. Hab ich. Okay, jetzt auf mir. Weg von Jagdnix. Noch nicht kaputt machen, noch nicht, bitte. Noch nicht, noch nicht. Jetzt. Okay, jetzt zu mir. Danke. Wird wieder ab, wenn ich vorne bin. Jetzt soll Oyo nach rechts. Boah, Oyo heim. Oyo ist im Block. Na ja, wie machen wir die Queste, wenn der Tod ist. Einfach draufrücken. Ach, ich denk, einer reicht, ihr müsst den nur noch teilen. Teilung, tot, spotten. Achtung, Achtung. Kannst du beehren? Oyo. Wenn ja, mach. Opti hat. Opti rechts. Ich kann nehmen, danke. Nimm den Down. Jagdnix, pass auf, sonst tötest du dich. Ernest nach links. Ah, fuck. Na, die Eisdinger müssen schneller down gehen. Muss mit damage drauf. Alter, was mach ich? Ich fahr weg gleich. Ja, killt sind Dragosa, aber ich hab noch drauf jetzt. Alles drauf. Ja. Ernest, ich lass dich nach dem Eisblock. Ich hau dich aus, hast du es gesehen. Danke auch. Jetzt kann jeder die kristalline Essenz looten und...